Kunden von baden-württembergischen Volks- und Raiffeisenbanken, darunter auch Kleinsparer, könnten längerfristig von sogenannten Negativzinsen betroffen sein, so der Präsident des baden-württembergischen Genossenschaftsverbandes Roman Glaser zur Stuttgarter Zeitung. Bestreben der Bankgruppe sei, dass man für den Sparer in der Breite sogenannte Strafzinsen verhindern wolle, solange es betriebswirtschaftlich vertretbar sei. Wegen der derzeitigen Geldpolitik der Europäischen Zentralbank sei das aber nicht auszuschließen. Bisher war immer gesagt worden, dass dies allenfalls Kunden mit 100.000 Euro oder mehr betreffe. Die Volksbank Reutlingen hat indessen kürzlich die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass dies bereits ab Einlagen in Höhe von 10.000 Euro möglich wäre.